Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Portfolio Podcast, dem Podcast für kreative UnternehmerInnen, die sich mit ihrem Portfolio in der Kreativbranche sowohl wirtschaftlich als auch kreativ nachhaltig positionieren wollen. Bist du das? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hallo, hallo, schön, dass du da bist. Heute würde ich sehr gerne über die VG Bildkunst sprechen und warum du Mitglied werden solltest. Let's go, lass uns anfangen. Vor einigen Wochen habe ich eine mittlere vierstellige Summe von der VG Bildkunst überwiesen bekommen. Und dafür habe ich nur zwei Sachen gemacht. Ich bin vor über zehn Jahren Mitglied geworden und habe einen Wahrnehmungsvertrag mit der VG Bildkunst abgeschlossen in der Berufsgruppe 2, mehr dazu später. Und außerdem habe ich für circa einem Jahr eine Online-Meldung über die im Jahr 2020 von mir eingenommenen Honorare über Nutzungsrechte an die VG Bildkunst gesendet. Und dann, tadaa, kam ein paar Monate später diese schöne Überraschung auf meinem Konto an. Heute möchte ich dir die VG Bildkunst vorstellen und darüber sprechen, warum du, falls du noch kein Mitglied bist, definitiv heute Mitglied werden solltest. Beginnen wir mal mit der Frage, wer ist denn überhaupt die VG Bildkunst? Die VG Bildkunst ist eine sogenannte Verwertungsgesellschaft für UrheberInnen, insbesondere für BildautorInnen. Daneben gibt es in Deutschland eben auch noch die VG Wort für TextautorInnen und die GEMA für MusikerInnen. Gegründet wurde die VG Bildkunst in den 70er Jahren und zwar von BildurheberInnen. Als Verein zur kollektiven Wahrnehmung von Urheberrechten nimmt sie die Rechte und Ansprüche ihrer Mitglieder wahr. Was macht die VG Bildkunst genau und was bedeutet das, kollektive Wahrnehmung von Urheberrechten? Lass uns da nochmal einen Blick drauf werfen. Als einzelne kreative Person kannst du zwar mit deinen AuftraggeberInnen ganz klar den Umfang der eingeräumten Nutzungsrechte verhandeln und auch im Falle einer illegalen Nutzung diese verbieten oder eine Nachvergütung einfordern. Das funktioniert bei AuftraggeberInnen ziemlich gut, aber bei privaten, nicht öffentlichen Nutzungen funktioniert das nicht gut. Wenn eine Person ein Buch aus einer Bibliothek ausleitet und sich einige Seiten mit deinen Werken herauskopiert, dann ist das nämlich rechtlich in Ordnung. Das ist eine sogenannte Privatkopie. Das gleiche gilt, wenn sich ein Mensch deine Illustration, die du auf deiner Webseite zeigst, ausdruckt und an den Kühlschrank pinnt. Die hier als UrheberInnen der kopierten Werke gehen allerdings dadurch auf eine gewisse Art und Weise eigentlich Einnahmen verloren. Denn du kannst sie nicht in Rechnung stellen, weil du hast ja sozusagen überhaupt keine Kontrolle darüber, welche privaten Personen wo in welchen Bibliotheken Bücher ausseilen oder sich Dinge aus dem Internet ausdrucken. Und genau dafür gibt es die VG Bildkunst. Sie sammelt die Gelder der sogenannten Bibliothekstantiemen, die Gelder der Privatkopievergütung und die sogenannte Geräteabgabe, die beim Kauf eines jeden Computers, Druckers oder Scanners fällig wird, ein und verteilt diese dann als Tantiemen an ihre Mitglieder. Und dabei geht die VG Bildkunst sehr sorgsam vor und verteilt diese Gelder auf genau diese Art und Weise, die beachtet, wer was wann wo publiziert hat. Und damit das auch klappt, müssen die UrheberInnen, also die Mitglieder der VG Bildkunst, jedes Jahr ihre Werke melden. Das Ganze passiert in drei Berufsgruppen. In der VG Bildkunst sind aktuell über 60.000 UrheberInnen Mitglied. Und diese teilen sich, wie gesagt, in drei Berufsgruppen auf. Es gibt einmal die Berufsgruppe 1 und diese umfasst Bildende KünstlerInnen, MalerInnen, BildhauerInnen und ArchitektInnen. In dieser Berufsgruppe sind also KünstlerInnen gruppiert, die hauptsächlich im Kontext der freien Kunst arbeiten. In der Berufsgruppe 2 versammeln sich alle kreativen UnternehmerInnen, die in einem angewandten Kontext arbeiten, also zum Beispiel FotografInnen, BildjournalistInnen, GrafikerInnen, IllustratorInnen, DesignerInnen, KarikaturistInnen und Karikaturisten, PressezeichnerInnen und Bildagenturen. Die Berufsgruppe 3 dagegen versammelt alle Filmleute, also zum Beispiel Regisseure und RegisseurInnen, Kameraleute, EditorInnen, SzenenbildnerInnen, KostümbildnerInnen und Trickfilm-Menschen. Während die VG Bildkunst für die Berufsgruppe 1 auch die Lizenzierung von Werken übernimmt und somit die Exklusivrechte an den Werken innehat, vertritt sie für die Berufsgruppe 2 nur die Folgerechte, also die Bibliothekstantiemen, Privatkopievergütung, Pressespiegelvergütung und so weiter und so fort. Und das bedeutet, dass du als Mitglied der Berufsgruppe 2 weiterhin deine eigenen Arbeiten lizenzieren kannst. Und das ist ja super wichtig, weil wir als kreative UnternehmerInnen genau davon leben. Das gleiche gilt übrigens für die Berufsgruppe 3. Und das bedeutet als Fazit, dass für DesignerInnen und IllustrierInnen deshalb häufig die Berufsgruppe 2 die richtige Wahl ist. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, wie du Mitglied werden kannst und ob das was kostet. Mitglieder der VG Bildkunst können sowohl UrheberInnen, dieser drei Berufsgruppen werden, sowie deren Erben. Die Mitgliedschaft selbst ist kostenlos und kommt durch den Abschluss eines Wahrnehmungsvertrages zustande. In den Shownotes findest du einen Link zu einem Mustervertrag, um dir den mal anzuschauen. Lass dich von den kompliziert klingenden Formulierungen nicht abschrecken. Solange du Mitglied der Berufsgruppe 2 wirst, behältst du alle für dein kreatives Unternehmen relevanten Nutzungsrechte an deinen Werken. Aktuell ist es noch so, dass du dir den Wahrnehmungsvertrag nur postalisch zuschicken lassen kannst. Diesen sendest du dann per Post zusammen mit deiner Personalausweiskopie zurück. Und daneben bittet dich die VG Bildkunst dann auch noch, einen Nachweis über deine professionelle Tätigkeit als kreative UnternehmerInnen einzusenden. Und das kann zum Beispiel ein Buch sein mit einer ESPN-Nummer oder auch eine Drucksache wie ein Magazin mit deinen Illustrationen, deinen Fotos oder deiner Gestaltung. Sofern vorhanden ist es auch ziemlich sinnvoll, einen Nachweis deiner Mitgliedschaft in der Kunst der Sozialkasse anzuhängen. Du siehst, das ist eigentlich ziemlich einfach. Vertrag unterschreiben, so ein paar Dinge zusammensammeln und hinschicken und dann bist du Mitglied und die Mitgliedschaft ist kostenlos. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, hm, ja, weiß ich nicht, was kann ich denn überhaupt melden und wie geht das? Gute Frage. Die Ausschüttungshöhe der Tantiemen hängt von den von dir gemeldeten Werken ab. Das heißt, wenn du nichts meldest, bekommst du auch nichts. Und in der Berufsgruppe 2 kannst du Bücher, Honorare für Nutzungsrechteeinräumungen, Einzelbilder, also zum Beispiel Bilder auf deiner Webseite, Werkpräsentationen oder auch Kunst am Baum melden. Bücher brauchen üblicherweise eine ESPN-Nummer, um gemeldet werden zu können. Beim Magazin meldest du die an dich ausgezahlten Honorare. Auch wenn du keine Bücher oder Drucksachen mit ESPN-Nummern nachweisen kannst, kannst du zumindest für deine Werke, die online verfügbar sind, Tantiemen bekommen. Und auf diese Weise bekommst du Geld für die Werke, die zum Beispiel auf deiner Webseite gezeigt werden. Melden kannst du deine Werke über das ganze Jahr, über ein Online-Meldeportal. Allerdings gibt es eine Meldefrist pro Jahr und diese ist aktuell der 30. Juni des Folgejahres. Wenn du Mitglied bist, wirst du von der VG Bildkunst rechtzeitig über die Meldetermine per E-Mail informiert. Hast du dann die Werke des letzten Jahres gemeldet, kommt meistens um Weihnachten herum eine schöne Überraschung auf deinem Konto an. Und deshalb jetzt mal die Frage an dich. Wie ist das bei dir? Bist du schon Mitglied? Und wenn nicht, was hält dich davon ab? Ich weiß, es klingt fast schon zu gut, um wahr zu sein. Aber eine Mitgliedschaft in der VG Bildkunst ist eine wirklich tolle Sache, ohne Haken. Deshalb melde dich heute noch an. Wenn du noch weitere Informationen dazu möchtest, kannst du dir auch noch einmal das Infoplatt zur VG Bildkunst der Illustratorenorganisation ansehen. Den Link dazu verlinke ich dir auch in den Shownotes. Berichte gerne mal über deine Erfahrungen zur VG Bildkunst auf dem Blog oder auf Instagram. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Und dann heißt es nur noch anmelden. 3, 2, 1, los geht's! Ach so, PS. Darf ich dich noch um einen Gefallen bitten? Für den Verkauf von Büchern sind gute Bewertungen enorm wichtig. Und vielleicht kennst du ja mein Buch Die gute Mappe. Dein Weg zu einem wirksamen Portfolio und kreativer Selbstbestimmung. Wenn du es schon gelesen hast und es dir gefallen hat, hilfst du mir wirklich sehr mit einer Rezension auf Amazon und Co. Auf Amazon kannst du sogar eine Bewertung hinterlassen, wenn du das Buch in einem anderen Buchladen gekauft hast, was ich begrüßen würde. Ich danke dir ganz herzlich dafür, Sharing is Caring und auch ein ganz großes Dankeschön an die, die schon eine Rezension geschrieben haben. Bis dann!